Die Mila kennt das schon, die frisst schon aus dem Beutel raus. Jetzt machen wir die Lärmwände ein bisschen, jetzt schauen wir mal. Die Mila ist total auf diesen Bauchbeutel fixiert. Das geht aber ruckzuck bei dir. Jetzt einfach weggehen und sie können eine Freundin fürs Leben. Weißt du, dass da noch was drin ist? Ja, dann schauen wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Das ist alles schön. Jetzt hat der Heinz auch nichts mehr. Das habe ich mir ja ganz schrecklich vorgestellt. Ich habe gedacht, deine Freunde kommen und ich weiß gar nicht wohin mit meinen Händen. Na komm, ein kleines bisschen Pätschen. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Jetzt bist du doch sack. Jetzt bist du doch sack. Jetzt bist du doch sack. Du kleiner Schatz, du. Du weißt, dass da noch was drin ist. Ja, dann film ich ja wie ein Bauer hier. Wie ein Landwirt. Wie ein Landwirt. Sehr schön. Wunderschön. Das ist ja wunderbar, dass die anderen uns da viel Zeit geben. Ja, ich bin erstaunt. Du kleiner Schatz, du. Jetzt müssen wir noch mal sagen, wie ihr heißt. Das ist die Mila. Die Mila. Genau. Die weiße ist die Mila. Aber Mila. Jetzt schau mal, jetzt kommt die. Da kommt die, da kommt die Lili. Komm, jetzt gibt es noch zwei. Komm, der kommt. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie die immer so stolz den Kopf nachmachen, ne. Ja, ja. So, kleiner Schatz, ich hab mich ja schon verliebt in euch. Ne? Der Heinz hat sich schon verliebt in euch. Geht gar nicht mehr weg. So, jetzt habe ich nichts mehr. Vielleicht gibt es nichts mehr. Der Heinz hat nichts mehr. Schnell um den Tisch. Schau zu mir hinterher. Du kleiner Schatz. Ja, jetzt mal.